So, schauen wir mal kurz rein in die Moschee. Welche Moschee ist das? Weiß ich jetzt auch nicht, jetzt habe ich nicht geschaut. Das ist ja mal eine große Moschee. Wow, jetzt bin ich baff. Riesengroß. Ein paar Nummern, kleiner wie in Istanbul, aber Riesenteil. Riesengroß. Wow, jetzt bin ich echt baff. So, das war die Eskijami innen drin. Und hier wäre der Haupteingang. 1414. 1414. Wahnsinn. So, wir müssen den, glaube ich, links, oder? Ah, nein. Da fahre ich genau. Das ist super. Der Jeep gefällt mir. Ja. Black Wolf. Hier ist der Hauptverkehrspunkt oder Hauptmitte oder Zentrum. Was sagt man da? Meydan. Meydan, ja. So, hier wird wenigstens angehalten, oder? Ja, wenigstens. Die haben gelacht, weil ich mich nicht darüber getraut habe. Es waren Deutsche, die haben dann angeheißen. Es ist die Osmanli Džami. Osmanli, ja? Selmiyya. Selmiyya Džami. Sel. Selmiyya. Selmiyya. Selmiyya Džami. Jetzt ist man in Selmiyya Džami, aber leider sieht man nicht viel, weil die Moschee renoviert wird. So, wir sind jetzt eingekehrt, um Leber zu essen und auszuprobieren, ob die was taubt. Mit diesem Video verabschiede ich mich jetzt und sage auf Wiedersehen aus Edirne. Danke, dass ihr da wart. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren oder Daumen nach unten, je nachdem. Dann kommentieren, liken und Kanal abonnieren, so unterschrifft ihr meine Arbeit und ich zeige euch noch, wie das Essen ausschaut. So, einmal Pommes, du hast was anderes für mich bestellt, oder? Also das kommt alles her, jetzt kommt meins. Das ist jetzt die Leber, ich weiß jetzt nicht, ob das Rindleber ist, Kalsleber, ich hab keine Ahnung, auf jeden Fall ist es nur Leber. Eingelegt in Mehl und dann in frikiert in Öl und soll hier die Spezialität von Edirne sein. So schaut es aus und ich probiere das jetzt und sage Danke nochmal. So, jetzt schauen wir mal, wie das schmeckt. Das nimmt man jetzt so, probiere ich erstmal ohne. Das war lecker. Wie Schnitzel, wie paniert der Schnitzel? So, abends wird noch Tischbillard gespielt, Tischbillard, Billard, Tischbillard, 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 Billard. Ja, Billard und hier habt ihr Fußball und bin ich dran? Ja, super, lecker. Zeit, jetzt, genau das sollte ich noch zeigen. So schaut das Restaurant aus und im Hotel mit einem schönen Garten draußen und mit unserem Spielplatz hier. Aha, genau. So schaut das in der Früh aus. Ich schau mal kurz auf. Drei Sterne, muss ich schon sagen. Also, drei Sterne. So, das ist Mesut, einen YouTube Abonnent, kaum zu glauben. In Edirne hast du mich jetzt gesehen, hast mich gleich angesprochen und super, finde ich super von dir. Es freut mich nächstes Mal gleich herkommen, weil ich bin ja eigentlich hoffen für jeden. Also, ich habe kein Problem, wenn man mich anspricht. Ich freue mich dann jedes Mal. Ich wünsche dir eine gute Heimfahrt, dir und deiner Familie, dass du gesund ankommst und schreib mir einfach, weil ich fahre jetzt nach Bosnien. Inshallah, kannst du zu uns kommen, wenn du bist. Kein Thema. Wir haben ein großes Haus und sehr, sehr, sehr gerne. Eigentlich wäre es besser, wenn ich ein Hotel aufmache in Bosnien, dann könnt ihr alle in Bosnien kommen, zum Schlafen. Gib dir gleich mal eine Ruhe. Okay, ich wünsche dir eine gute Reise und melde dich. Mach ich gerne. Danke dir nochmal. So, damit ihr seht, dass wir aus Bosnien auch in Edirne haben. Unser Standpunkt haben hier Bosniak, Bosnakische Burek. Einer aus Bosnien und sage euch, wir aus Bosnien sind auch Osmanen und hier könnt ihr dann kommen und Burek essen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wie immer? oft. Oft, oft. Und es geht im rapture? Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Frau, ich möchte euch gerne ein Mal sehen. Okay, viel Glück. Wir mögen? Ich habe Klampe. Ich habe hier einen Hand. Ich habe hier einen Hand. Ich habe hier, ich habe es so cheeken. Ich habe hier Book Tomato, ich habe hier. Ich habe hier viele Klampe. Mit einem? Du bist gerne? Moritz. Ja, das ist okay. Original. Bosna. Ja. Sehr schön. Ja, das ist nicht. Ich werde. Ja. Kupi. Mostar. Mostar. Ja. 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 Bitte. Bitte. Ich hoffe. Original. Ja. Echt? Ja. 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 Das ist sehr, sehr, sehr gut. Wir haben einen Chai. Nein, Chai, okay. Ich bin Auto. Geh, geh, geh. Okay? Okay, okay. Okay, okay. Wir haben hier noch eine Aufmerksamkeit. Nein. Es wird nicht mehr so. Nein, es wird nicht mehr so. Es wird nicht mehr so. Es wird nicht mehr so. Ist nicht mehr so. Es ist nicht so. Ja, ich habe so. Man kann so. Es ist nicht mehr so. Es ist nicht mehr so. Es ist nicht mehr so. Vielen Dank. 2? 2 tane. Oder 1 tane? 1 tane. 1 tane. 1 tane? 1 tane. Tamam. 1 tane. 5 tane? 1 tane var mı? 4 tane var mı? 1 tane. 1 tane. Ticata beklemek. Özbosnaylı. Çok iyi. Teşekkür ederim. 1 TL'ye. 5 TL'ye. 4 TL'ye. 1 TL. so heißt der Laden und der befindet sich hier am Kreisel Richtung Stadtmitte rechts geht zu Atatürkülfirma Kerzi und ihr findet ihn dann hier so also das war's dann so das war's jetzt aus Edirne wir sehen uns wieder inshallah bis bald auf Wiedersehen und danke bis bald auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal.